Willkommen bei dem Ankündigungsvideo zu dem VARO Event. Es waren letztes Mal mega viele mit dabei, 85 Leute im TeamSpeak. Respekt, richtig geil war das Event. Da haben wir uns gedacht, das können wir auch nochmal neu machen. Und genau das machen wir mit zweimal VIP-Rang als Gewinn. Seid auf jeden Fall mit dabei, morgen ist das schon. Morgen, ja? Also früh aufstehen, direkt an den Rechner, bisschen PvP üben, macht ihr ja immer. Bin ich ja gewohnt, bin ich ja gewohnt von euch, dass ihr so mega gut im PvP seid. Ne, Spaß beiseite, der Bion bzw. Ukulele erzählt euch jetzt alle weiteren Infos zum VARO Event. Am besten sollte man um 17 Uhr im TeamSpeak sein, da wird man dann in die Teams aufgeteilt. Um 20 Uhr geht es dann los und um 23 Uhr werden dann die restlichen Teams, die dann noch überlebt haben, in eine Arena geportet, um den finalen epischen Endkampf zu vollbringen. Sehr schön gesagt und damit sind wir auch schon durch. Alle Infos wisst ihr jetzt und ich erwarte euch morgen in TeamSpeak um 17 Uhr. GeigeMarsrund GeigeMarsrund Valdez 不會 GeigeMarsrund GeigeMarsrund